Fußball ist mein Hobby. Die Generali Arena ist mein zweites Zuhause. Am wenigsten mache ich am Fußball schlechtes Wetter. Die Kälte. Mein größtes Hobby neben dem Fußball ist das Cricket-Spiel. Nein, mein Lebensmotor ist das, was meine Mutter sagt. Das stimmt. Mein Idol ist einmal Ronaldinho und einmal Terriori. Mein Ritual vom Spiel ist, ich ziehe alles zuerst links an, weil ich nichts fürs Fußball bin. Mein bester Fußballmoment war, ich habe zwei. Das ist erstmal das Derby-Tor und das 5-0 gegen Karabac in der Regionalliga, wo es um den Aufstieg ging. Vor meinem ersten Profigehalt habe ich meine Familie zum Essen eingeladen und denen Geschenke gekauft. Also in meinen Spind findet ihr eine Haube, Deo, dann Nivea-Creme und ein paar Autogrammkarten und einen Stift. Der Mensch, der mich am meisten unterstützt, ist mein großer Bruder. Wenn ich einen Tag mit jemandem tausche, könnte, wäre der Zoe Smith. Ich schreibe diesen Typen. Oh, geiler Schauspieler. Er ist urlernend. Er ist wirklich urlernend. Er ist so lustig. Ich schaue auf seinem Insta. Im Mannschafts-Bus sitze ich neben immer verschieden. Manchmal Weser, Fizzi, Borko, Benni, Mirko. Zimmer verschieden. Am längsten in der Kabine braucht Grüni. Die beste Stimmung in der Kabine macht Mike Malo. Fitness bedeutet für mich, körperlich da zu sein im Stadion, dass sie nicht leicht wegstoßen lässt. Immer im Zweikampf da bist du. Ich habe die Rückennummer 39, weil der Hardik mir gegeben hat. Christian Ilzer ist ein sehr guter Trainer. Mein Karriereziel ist, so weit wie möglich nach oben zu kommen.